servus servus neue folge neues glück na es war mir ja nun auf der jagd nach diesem sandschiff wollten wir mal schauen letzten folgern jahren speichert und jetzt aufgehört genau und wir jagen jetzt wir jagen jetzt das sandschiff die säcke haben wir unser das ratter mitgenommen wir waren es wird jetzt pfg das wird pfg an unserer mitgenommen es gibt es mal definitiv schauen und 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 das ist eigentlich klar sein sollen dass die abloss ist so leicht das war schon nach hausnummer für sich ja das würde ich halt auch vermuten der gut auf geschwindigkeit das wird ein herter kampf aber wir müssen einer ein bisschen erholen müssen erholen ich würde auch sagen bestimmt auch kraft oder geschwindigkeit Wow, 300, ha ha, da schau mal einer anguckt, ne, ja, 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 Junge, 415, naja, aber hallo. Lange wie der Kraft macht, reizen wir das volle Banane aus. Fast 500, alter, was geht denn? Das ist doof, der macht die ganze Zeit, verstehe ich jetzt, aber der hat noch keine Stufe. Können wir eigentlich gleich einen Angriff machen, das werden so unser Monster reiben. Booster prügeln, da gibt es in der Nacht einen Poch auf die Fresse, so nehme ich. Schön im Dunkeln in der Ecke mit dem Bestbeschläger worden. Drauf! Ja, aber 429, na läuft. Da kann der Sack noch so viel oder Aura geschnapuliert haben. Sieg! 200, erstmal nachmachen, gell? Nein, Mist. Die Schallbombe. Ne? Die stechte, eingegrabene Monsties. X-Tuch raus. Eine Schallbombe. Da, eine haben wir noch, na Gott sei Dank. Na, genau. So mache ich eigentlich gerade einen Kraftangriff, wenn er die ganze Zeit Kraft macht und wir auf. Trivato, kann man machen, was ich sagen. Kann man machen. Mach mir Kraft, wenn wir auf Geschwindigkeit gehen sollten. Wenn ich drüber tut, da könnt ihr auch einfach mal Geschwindigkeit machen und kriegt keine drauf. 803 und will zu mich verarschen, 823. 903. Wir haben hier ein Muster als Werbe. Normaler Diablo ist nicht schon genug. Was macht er jetzt? Ich würde sagen, Technik. Technik. Verdammt. 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 Oh, das hat aber ordentlich zugesetzt. So, das ist ein Wechsel, Glutbogen, Hammer, 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 Hammer. Hat er ihn jetzt gespalten oder was? Aber bringt auch nichts. Genau, Britishers Mob. Ja! 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 137 Warum macht er jetzt Unser Monsti Technik Hm So Nehm ich genau so Zusammen Ein reinhauen So läuft das Und genau dasselbe Spiel Nochmal So wird nämlich ein Schuh draus Und wir brauchen schon keine Schallbomben mehr Shit So was habe ich nicht mehr Entschuldigung Anseite Die Münzblatt ververschuldet Neutriger Knoblauch Weil alle Verbindungen Vielleicht im Typen segeln Ne Dinke Peeling Oh Ne Lieber Freunde Das war's Ein Leben Mein nicht Technik Außer Warum mit dem Fall Oder mehr Dann Nützt es nix Können wir nur Bitteschen Sturz Ne Können wir vielleicht Wollen wir uns einfach verteidigen Ne Was verfehlt Und Komm schon! Wie oft macht er das noch? Hä? Wie oft macht er das noch? Ich würde das noch durchziehen. Ich würde das noch durchziehen, aber ich würde das noch durchziehen. jetzt haben wir jetzt wohl mit seinem Muster und dort aber so gut, wir reiten jetzt unser Monsti kann es jetzt auf den Kopf stellen und kann es umgreifen, ja, ich will jetzt in Wirtfang geht nicht auf die Stimmigkeit jetzt halt technikmäßig einfach rein jetzt kann man nicht schweifen Alter, 9.02, okay, Respekt, okay ja, ist schon gut, okay ach, dadurch geht man wieder in den Sankt-Kluss-Muster zurück das ist, was meine Frau zu mir gesagt hat ich muss immer drauf achten, wenn die nämlich am Boden liegen kannst du sehen, dass die an den Sankt-Kluss-Muster wieder zurück springen jetzt heißt Geschwindigkeit immerhin, wir machen auch immer noch über 300 Schaden, ne? Level ab für alle oh, ich hoffe, wir hatten noch ein Slot wir haben Rang S alles mitgenommen geguckt wird sowieso dann später im Dings beim Schmied etc das die 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 Das ist ein Problem. UNTERTITELUNG auf geht es im schiff das schiff schnappen und endlich unser ratter wiederholen ich habe mir einfach unser monster so haben wir nämlich nicht gewendet manchmal reagiert noch nicht gleich wenn man dann vorbeigeht man ja zickzack jetzt weil links was rechts was links was rechts was ist das schiff aber sie sind hier passiert na guck mal ich hab doch scheiße gebaute ist das Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Es ist sicher, dass die Menschen dort sind. Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. das wird kein kampf das wird ein krieg wir ziehen in den krieg ja bloß hallo stimmt bei monstern der world kannst du es auch machen da könntest du nur signal also auch so ein in die luft schießen und dann kannst du online welche um hilfe bitten reinigen die geisterstadt wir sind sie doch mistplage der winterdienst redet gerade seine runden hier draußen hat heute schön geschnallt bei uns ja 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 Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? N-Nan, warum sind die Räder und Hanter zusammen? Die Frau ist ein Räder. Sie ist ein Räder. Sie hat ein wenig Sinn. Ja, das ist jetzt. Jetzt wird es so, dass wir uns das wünschen. Was? Max was Kai, ja? Ihr seid alle in der Hälte gespackt und euch geht es nur um Geld und... Hab, hab, ja! Juni ist auch bekannt. Ganz genau, dass wir die einen reinhauen können. Das gibt's doch nicht und ständig sind die weg. Das war mal gut. Das ist doch kein Akt. Ach, haben wir schon im ersten Gebiet kalt gemacht? Dich machen wir auch kalt. Das kannst du aber wissen. Ich hab kein Leben genommen. Kannst du noch so schöne Farben haben. Ich geh stark davon aus, dass ich nicht mehr weiß, was es machte. Das ist vielleicht Technik. Ich hab kein Plan. Er macht Technik und es halt auch, ne? Nice! Die Situation kann einen schon ein bisschen sauer machen, oder? Ständig sind die zwei wieder weg. Unser Ratter ja noch länger. Erst war es bei den einen in der Wüstenstadt. Dann war es bei den Jägern. Jetzt haben sie wieder irgendwelchen Ritern gegeben. Und sind wieder verschwunden. Der Kischel ist auch so blöd und hat alles befolgt und hat jetzt einen Arschtritt bekommen. Das Problem ist, ich hab... Mir fehlt halt ein Monster, was auf Stärke geht. Das ist grad ein bisschen mein Problem. Weil... Ja, jetzt unser Nagazuka richtig auf den Sack kriegen wird. Wenn wir aber trotzdem mal tauschen. Aus dem Grund, dass die Techniken vielleicht dann... mehr Schaden machen. Ja, geht noch. Auch echt wenig damit. Das macht nämlich trotz alledem noch ein bisschen mehr Schaden. Objekte. Lebenspulver. Reicht aber vielleicht auch. Ja, reicht. Kein Schild. So wie Katashi ist schon nice. Ich finde das auch super cool. Diese Mischung aus Schlange, Echse. Und diesen Blitzschaden ist schon nice. Das ist schon geil. Das ist Laser-Offensive. Das geht denn ab, ey. Aber alle noch am Leben. Haben aber alle Giftscheiden bekommen. Verdammt. Da muss ich mit Lebenspulver alle hochpuschen. Mal schauen, dass ich irgendeinen Gegenpulver habe oder sowas. Gibt jetzt hier auch Schwanz-Battle oder was? Wir sehen die natürlich. Aber ich brauche was für die Gruppe. 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 Stimmt, bin schon doof. Drei Runden. Drei Runden. Drei Runden. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Runden. Drei Runden. Hält das Gift an. Gegengift für Eingriff. Ist halt geil. Aber ich will halt alle heilen. Und bis ich alle durch habe, hat das Gegengift eh nachgelassen. Drei Runden. Drei Runden. Drei Runden. 50 ist okay. Jawoll. Das ist Gegengift. Unsere Monster hat aber auch. Kein Schadensängster gedöhnt. Jetzt hau doch mal ab, du blödes 31, das ist nichts. Auf auf uns am Unsinn zu gehen. Was an den Trattern, aber natürlich. Oh. 32, das ist geil. Noch zwei Herzen müssen weg, ne? Nur so zu viel dazu. Uh, 62, das ist geil. Das machen wir. Eigentlich die Körper muss er einsetzen, gell? So, so. Oh, das ist ein Wittergift, ne? Wir arbeiten nicht. Ich bin jetzt mal auf den Riler. Tashi, gut. Was ist so richtig Samurai, japanisch? Tashi, gut. Vielleicht ein Schaden sogar. Haha. Entschuldigung. Ich muss das Mikro bekommen. Jetzt wird ein Stück gerissen. Zerfetzt. Zerfetzt. Ein noch. Ja, das ist ein Stück clever. Jetzt komplett auf den Riler zu gehen. Ich kann aber nicht auf den Riler zu gehen. Ich kann nur auf sein Monstie. Verdammt. Zwei. Das hat so oft jetzt Schild gemacht. Ja. Ja. Das hat so viel was ist. Das ist der Anfang. Ja, Fakt. Unser Zerbindungsbeilnis voll. Er hat auch Bindungsfähigkeit ein Ich gehe natürlich auf ihn Fuck, er macht den Spur Befehle? Ah, kein Das ist wohl dumm gelaufen, jetzt würde ich sagen Das ist schon wieder voll mit seinen Bindungsbeamten, das gibt es doch wohl nicht Das will nicht wahr sein Das ist wie so ein Panzer auf zwei Beine Auf hier Beine Ach du Scheiße Vielleicht zwei Herzen weg Fuck Ich denke, das ist ein Waschlappen da raus Ich fände unser Mancier aus meiner Runde Putsche für mich Ich esse es endlich mal besiegt Zeit unmöglich Doch, das ist mehr als möglich Achso Wir sind halt ein super Stream Team Deswegen ist das möglich So schaut es nämlich aus Naviro, genau so Ja Am liebsten gleich noch einen mit Schorn Doch, der hat uns unser Ratter weggenommen Du kommst schön mit und machst die Scheiße Wurde anordnen Die Die haben wir Beine lang und Vollgas Und du kommst schön mit Änderungen Ratter wurden Zum Lammur-Turm 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 Und aufgebracht Wenn die Bindung zwischen dir und Ratter getrennt wird Werden die Flügel des Verderbens übernehmen Das darf nicht passieren Travator erklärt einem Verraten Das war ich gerade raus Mein Handy hat gerade klingelt Das darf nicht passieren Travator erklärt einem Verraten Keil was er gehabt Was es bedeutet Ein Jäger zu sein Wovor er den Turm hinauf steigt Ach Dings ist noch Vergiftet Vergiftet Änderungen Rattern Hoff da Vollgas nach oben Gut dass die Hebel auch immer alle so klein sind Das sieht man ihn immer fast Okay Gut an der Stelle würde ich einfach sagen Wir schauen mal wie es in der nächsten Folge weitergeht Ich weiß dass es mal wieder ein schöner Cliffhanger ist Aber wenn ich mir die Karte unten angucke Das seht ihr gerade gerade Haben wir noch einiges zu laufen Und das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich durch sein Und bevor ich es vergesse Ich muss ja unbedingt Herzen herstellen Macht eins Habe ich noch was anderes Um Herzen herzustellen Das ist das einzigste mit dem wir Herzen herstellen konnten Kombinieren Ah Ich kann sogar keine Herzen weiter herstellen Ein Herz haben wir Und dann müssen wir dann halt echt gucken Gut da würde ich sagen Machen wir an der Stelle Schluss Ihr guckt hoffentlich in der nächsten Folge wieder zu Und dann endlich Endlich hoffen wir Ihr bald dass wir unsere Ratte wieder bekommen Natürlich einer auch Klar Aber die sind so oft jetzt schon abgehauen Und entführt worden Langsam ist ja auch mal gut Alles klar Da würde ich sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Und bis später Ciao Ciao